Moin und willkommen zu einer weiteren Replay-Analyse eines Abonnenten. Heute schauen wir uns sehr erst hier mit Ezreal als AD Carry an. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ich muss auch sagen, dass ich das Intro ungefähr 100 Mal einsprechen musste. Bezogen aber auf diese Analyse werden wir einen Blue Ezreal sehen, welcher ja sehr, sehr häufig gespielt wird, zumindest zur Zeit. Auch muss ich dazu sagen, dass ich an sich sehr lange benötigt habe, um ein vernünftiges AD Carry Replay zu bekommen. Denn es ist gar nicht so einfach, alle meine Ansprüche irgendwie zu erfüllen. Bei diesem Replay war es aber der Fall, wenn auch nur knapp. Kommen wir nun zu diesem Spiel bzw. zu diesem Spiel leer. Er selbst befindet sich gerade in der Silberdivision 1 und hat meiner Ansicht nach ein solides Spiel abgegeben. Aber wir alle werden das Problem kennen, dass man im Solo-Queue nur mal alleine ist und stark abhängig von seinen Teammitgliedern. Denn hier muss man dazu sagen, dass er dieses Spiel leider verloren hat und wir schauen uns mal ein bisschen an, warum. Vielleicht können wir dann das ein oder andere Grundproblem von League of Legends klären bzw. so ein bisschen andeuten. Werfen wir aber zunächst einen entspannten Blick auf die Statistik. Denn unser Held hat es geschafft, 257 Minions in 36 Minuten zu farmen, was einen Gold-Pro-Minute-Wert von 348 ergibt. Sein KDR setzt sich dabei aus 7 Kills, 2 Toten und 8 Assists zusammen, was einen Dominanzfaktor von 16 ergibt. Das ist ziemlich hoch, vor allem wenn man wieder bedenkt, dass er verloren hat. Legen wir nun bei dem AD Carry den Hauptfokus auf dem Farm. Wie bereits erwähnt, hat er 257 Minions töten können, wenn man das mit dem Gegner vergleicht, welcher gerade mal 210 hat, ist das schon ein ordentlicher Vorsprung. Während der Laning Phase war er aber in der Lage, 23 von 177 Minions zu verpassen. Das bedeutet 13%. Das ist so mittelprächtig, wobei er seine Stärken und seine Schwächen hatte. Die größte Schwäche bestand leider darin, dass er am Tower sehr viele Minions verloren hat, aber das werden wir noch während der Laning Phase ein bisschen besprechen. Gut, und zuletzt hat er sich dreimal in die Base während der Laning Phase zurückgeportet. Kommen wir nun zu dem Item-Bild. Hier hat er sehr klassisch mit der Doransklinge begonnen. Das ist auf Ezreal relativ normal. Denn er bringt ohnehin eine sehr große Mobilität mit seinem Arcane Shift mit und durch das Schwert ist er etwas tankiger und macht natürlich entsprechend hohen Schaden. Es wäre aber auch ohne Probleme möglich, mit dem Langschwert und zwei Pods zu beginnen. Gut, wie bereits erwähnt ist es halt der klassische Blue Ezreal. Das heißt, er hat sich nach dem ersten Port sofort den Spirit of the Elder Lizard gekauft. Beim nächsten Port die Träne und die Boots gleichzeitig. Natürlich folgte es Muramana dann später und Glanz war ebenfalls dabei, um sich das Iceborne Gauntlet zu kaufen. Mit der Reihenfolge selbst bin ich ganz zufrieden. Ich würde mir auch zuerst den Spirit holen und dann erst die Träne. Diese muss natürlich auch relativ früh gekauft werden, damit sie halt ihre Stacks bekommt, aber vom Stack-Timing her war es vollkommen in Ordnung. Also er hatte nur wenige Momente lang das Mana Mune und es war dann bereits ausgebaut. Sein Endbild bestand dann aus den Ionischen Boots, den Spirit, Muramana, dem Gauntlet. Schlussendlich hat er noch sich Last Whisper geholt, um den Damage Output zu erhöhen und die Dorans Klinge ist dann gegen Ende noch übrig geblieben. Wie bereits erwähnt ist es das klassische Blue Ezreal Build. Es hätte jetzt quasi noch ein weiteres blaues Item gefehlt. Hier hat man halt die Wahl. Man muss aber dazu sagen, dass dieses Build mehr auf Utility setzt. Das bedeutet, ein Full-AD-Build aus der Season 2 würde dieser Champion nicht ordentlich gegenüberstehen können. Zumindest ist das meine Meinung. Korrigiert mich, wenn es nicht so sein sollte. Ich denke, ich werde dazu irgendwann ein Video rausbringen. Gut, aber nun Schluss mit dem sinnlosen Gelaber. Schauen wir uns nun seine Laning Phase an. Und hier muss ich sagen, dass ich eigentlich ganz zufrieden bin. Er selbst hat sich äußerst sicher verhalten. Natürlich ist eine Lane gegen Katlin relativ eklig. Zumal sie noch Tarik als Support hat. Wobei man halt sagen muss, dass Thrash als Partner ebenfalls sehr, sehr günstig ist. Kommen wir bei seiner Laning Phase erstmal auf den Farm zu sprechen. Da muss ich eigentlich sagen, dass er relativ sicher war. Aber die meisten Verluste hat er nun mal am Tower zu tragen. Und dies ist sozusagen die Taktik von Katlin, dass sie erstmal eine Lane ziemlich stark pushen kann, um den Gegner halt in Bedrängnis bringt, weil sie ihn ja quasi am Tower ebenfalls harassen kann. Und gerade zu Beginn des Spiels ist das Pushen effektiv, da man durch den Tower vergleichsweise viele Minions verliert. Dies ist auch leider passiert. Man muss aber dazu sagen, dass Ezreal immer mit Katlin mithalten konnte. Das ist entscheidend. Auch die Gangs haben die beide vergleichsweise gut verkraftet. Man muss ja dazu sagen, dass Ezreal ganz einfach sehr, sehr mobil ist. Gut, nachdem Ezreal sich zum ersten Mal in die Base geportet hat, hat er sich sofort das Elder Lizard Item gekauft und dann fast keinen Minion mehr verpasst. Dies ist natürlich mehr oder weniger logisch, weil der eigene Damage ganz einfach steigt und dadurch ist es einfach simpler als zu Last hätten. Und somit konnte er Katlin überholen. Auch mit seinem Gankverhalten bzw. die Reaktion darauf bin ich äußerst zufrieden. Er ist natürlich sehr mobil, ist immer vor Ort und mit seinem Q hat er für eine ziemlich hohe Reichweite. Hinzu kommt, dass seine Ulti enorm viel Burst Damage auszeiht und man natürlich die Passive von dem Elder Lizard auf jeden getroffenen Gegner prockt, was natürlich auch den Damage Output erhöht. Der einzige Punkt, der mir während seiner Laning Phase nicht gefallen hat, ist der frühe Verlust des Towers. Denn dadurch wird auch mehr oder weniger die Laning Phase abgebrochen bzw. stark verkürzt und das ist halt zum sicheren Farmen sehr, sehr wichtig. Die Frage ist nun, wie man das Ganze sauber verhindern kann. Denn man muss dazu sagen, dass Katlin mit ihrem Q und Tarik mit seinem W natürlich ordentlich Lücken in die Minions reißen. Dadurch sind sie in der Lage schnell zu pushen und dann am Ende auch den Tower mit der Ulti von Tarik zu zerstören. Auch hat es SO richtig gemacht, indem er die Ulti gezündet hat und dadurch natürlich der nächsten Minion Wave ordentlich Damage zugefügt und sogar einige getötet hat. Leider hat dies anschließend nicht ausgereicht. Ein Grund auf jeden Fall war die Tatsache, dass er gegangen ist, als ein Kanon-Minion als nächstes kommt. Da ist es sehr, sehr wichtig auf der Lane zu bleiben. Einerseits wegen dem Geld und andererseits natürlich wegen dem Druck. Er hätte also quasi noch diese Wave abwarten müssen. Hätte er das getan, hätte er auch seine Ulti wieder zur Verfügung gehabt und konnte somit die nächste Wave wieder clearen. Dies ist aber so ziemlich der einzige Punkt, den ich negativ nennen kann bezüglich seiner Laning Phase. Kommen wir also auf den Punkt und fassen alles nochmal zusammen. Ein definitiver Pluspunkt auf seiner Liste ist auf jeden Fall das gute Gangverhalten. Er ist quasi mit 1-0-2 aus seiner Lane rausgegangen und das ist ziemlich gut. Bei seinem Fahrer muss ich kleine Abstriche machen, denn am Tower hatte er große Probleme gehabt. Dies ist auch schwer und es ist nicht selten der Supporter vonnöten. Bei einem Duo-Q ist dies einfach, aber man kann es von Natur aus umsetzen, wenn man bemerkt, dass der ED nicht genug Damage macht. Das bedeutet, gerade auf den niedrigen Leveln kann der Supporter einen Hit auf die Caster-Minions setzen. Danach kommt der Tower-Shot und der ED hat dann noch die Möglichkeit zu Last-Hitten. Zumindest mache ich dies mit Leona immer, wenn ich merke, dass der ED zu Beginn des Spiels noch nicht genug Schaden macht. Gut, und der einzige Negativpunkt ist das Port-Verhalten. Was mir dabei quasi gut gefallen hat, ist, dass er immer ein fertiges Item oder ein wichtiges Item beenden konnte. Das bedeutet Spirit of the Elder Lizard bei einem Port, beim nächsten Port die Cooldown-Boots und die Trainer. Und das sind alles sehr, sehr saubere Einkäufe, das gefällt mir. Entscheidend ist aber, sich ein Timing auszumachen, wann man einen Port hat. Und speziell, wenn man weiß, als nächstes kommt ein Kanon-Minion und man kann es ja quasi an den eigenen Minions auf der Lane überprüfen. Dann sollte man nicht gehen. Alleine schon wegen dem Geldvorteil. Und natürlich die Erfahrung und natürlich den Druck auf den Tower. Alles klar. Kommen wir nun zu den Team-Fights. Und hier muss ich sagen, dass ich wieder lange gesucht habe, um Reguläre zu finden. Und hier wird auf jeden Fall das Thema sein, wie verhalte ich mich auch meinen Team-Mitgliedern gegenüber. Beziehungsweise wie verhalten sie sich und wie soll ich darauf reagieren. Denn wir sind hier im Solo-Queue und Menschen machen nun mal einen Fehler. Und man muss quasi, ganz ehrlich, man muss das Beste draus machen. Speziell als ED-Carry ist das ziemlich schwierig. Schauen wir uns dazu aber die erste Situation mal an. Und hier ist das Beste draus machen. Alles klar, dies war natürlich kein richtig schöner Teenfight, aber ein klassischer Dive vom Gegner. Ezreal selbst hat sich am Anfang sehr gut verhalten und am Ende war es ein bisschen abgeschwächt, aber dazu kommen wir noch. Begonnen hat er zunächst mit der Ulti. Dies cleart nicht nur die Minion, sondern stackt auch seine passive, was ja sein Damage Output erhöht. Anschließend hat er sehr knapp geschafft, dem Festhalten von Ryze zu entkommen. Das war wichtig. Während nun der Fight weiterging und die Shen-Ulti fast sinnlos provoziert wurde, hat er immer wieder ein Q Richtung Gegner gehauen. Finde ich auch gut gemacht. Blue Ezreal zeichnet sich halt durch den massiven Poke-Damage aus, da er ganz einfach geringe Cooldowns hat und natürlich viele besondere Schäden. Also besonders im Sinne von absoluten Schaden durch den Spirit. So, wenige Monate später hat es dann Shen geschafft mit einem super Long-Range Taunt ihn noch zu erwischen und er ist dieser Geschichte auch entkommen. Ärgerlich war natürlich, dass die Reaktionszeit nicht ausgereicht hat, um dem Taunt mit dem Orcane Shift auszuweichen. Aber somit konnte man den Gegner zum Dive zwingen und er ist tief in Feindesland. Und jetzt ist es wichtig, wie sich Ezreal verhält. Zum einen sind seine Bruiser wieder am Leben und stürzen sich gnadenlos in den Kampf. Das ist richtig und Ezreal muss nun wissen, wie er sich zu verhalten hat. Gerade das Beobachten von den eigenen und das Beobachten der Gegner ist hier enorm wichtig. Shen, sein Taunt, hat einen enorm langen Cooldown. Er wird also nicht mehr an ihn rankommen. Trundle hat zwar den Boden kontaminiert und kann dadurch zur Gefahr werden, aber nicht wirklich. Also hier kann man definitiv näher ran. Natürlich hat er seinen Cue in den Fight reingespampt, dadurch aber ein paar nicht getroffen. Und Auto-Attack sind natürlich die sichere Wahl. Trotzdem hat das meiner Ansicht nach gut getimt, denn er ist erst dann wieder reingegangen, als sein Arcane Shift wieder bereit war. Das ist quasi die sicherste Variante von allen. Deswegen ist auch mein Kritikpunkt hier wirklich sehr, sehr bescheiden. Gut, schlussendlich konnte man Shen beseitigen, jedoch ist Trundle noch entkommen. Betrachten wir nun den nächsten Teamfight. Die Doppelküpfung für das blaue Team. Die Doppelküpfung für die Doppelküpfung für die Doppelküpfung für das blaue Team. Alles klar, dies war natürlich jetzt etwas länger. Begonnen hatte damit, dass sich der Rai sehr, sehr irritierend in das gegnerische Team geportet hat. Das Unschöne an der ganzen Sache war, dass das anscheinend die Bruiser nicht mitbekommen haben und weiter auf den Gegner gestürzt sind. Sicherlich gibt es Situationen, wo man ganz einfach dem Team den Kill überlässt, wenn man weiß, okay, ihr seid drei gegen einen, ihr tötet den jetzt. Dies ist quasi am Ende eines Fights oder gegen Ende eines Fights sinnvoll, wenn man quasi aufräumt. Aber dieser Fight ist gerade am Starten und die Bruiser haben den riesen Fehler gemacht, dass sie schon vorher reingegangen sind und ohne den Support der Carries. Das bedeutet, sicherlich haben sie genug Damage rausgedrückt, um die ein oder andere wichtige Ulti zu provozieren, aber gemeinsam wären sie wesentlich stärker gewesen. Tja, und mit solchen Situationen muss man ganz einfach umgehen. Es ist super nervig, passiert aber. Das heißt, man hat versucht, den beiden Rambos noch zu helfen und Ezuri hat es so gut getan, wie er konnte. Er hat dabei immer wieder ein Q reingehauen. Das Problem ist halt, dass das Q beim ersten Ziel prockt und er somit immer wieder Shen getroffen hat. Naja, und er steckt das halt ohne Probleme weg. Auch fand ich es gut, dass er sehr sparsam mit seinem Arcane Shift umgegangen ist. Das ist ein wichtigster Escape Spell und er hat ihn wirklich gut aufgehoben. Das bedeutet, nach und nach war sein Team im Nachteil und der blaue Todeszug begann zu rollen. Tja, aber genau hier kommt der große Vorteil des Blue Ezrials. Man kann ganz einfach bis zur Begasung kiten. Denn jedes Mal, wenn hier Ezreal ein Q landet, entsteht ein enormer Slow für Shen und er kommt einfach nicht dran. Dies hat er dann so lange getan, bis er die Möglichkeit sah, Caitlyn mit einer Kombination auszuschalten. Dies hat er meiner Ansicht nach hervorragend gemacht und konnte wieder mit seinen Qs und dem Slow Abstand von Shen gewinnen. Sein Ulti-Einsatz gegen Trundle war auch ganz okay, beziehungsweise er hat es gut antizipiert, aber der Schaden war halt minimalistisch. Da kann man nichts machen. Im weiteren Verlauf hat er dann immer wieder den Abstand zum Gegner halten können. Generell ist dieses Gelände hier für Ezreal sehr, sehr gut geeignet, weil er ganz einfach über die Wände Arcane shiften kann. Als der Gegner dann nun näher kam, war er erneut ganz vorsichtig, hat sich weder Stun noch taunten lassen und immer wieder seine Qs reingebaut hat, um den Gegner halt zu slowen. Anschließend haben auch seine Teammitglieder gut mitgearbeitet und Thresh konnte hier einen sauberen Hook landen und schlussendlich konnte man den Shen töten. Das hat zwar lange gedauert, aber es war von Erfolg gekrönt. Also hier konnte man die eindeutige Stärke von diesem Blue Ezreal sehen, dass er ganz einfach nicht erwischt wird. Die ist jedoch ganz wichtig unter der Voraussetzung, dass der Gegner keinen guten Engage hat. Gut, schauen wir uns nun einen anderen Teamfighter an. Gut, schauen wir uns jetzt an. Doppeltötung für das rote Team. Doppeltötung für das blaue Team. Alles klar, hier bin ich mir nicht ganz sicher, was man hätte besser machen können. Denn entscheidend war auf jeden Fall die Positionierung des Teams. Das Gute war auf jeden Fall, dass man den Baron erledigen konnte. Aber die Frage ist, wie hat sich Ezreal verhalten, beziehungsweise wo hätte er vielleicht besser stehen können. Zum einen hat er dabei geholfen, den Baron zu erledigen, indem er immer wieder sein Q reingehauen hat. Gerade Muramana macht es doch schon mittlerweile ordentlich Damage. So, und nun kommt das Ding, dass man aufgeteilt ist. Und in League of Legends macht es sehr, sehr häufig Sinn, gemeinsam an einem Punkt zu stehen, weil man somit sich selbst gut verteidigen kann, beziehungsweise natürlich auch eigene Mitglieder. Und halt der Fokus somit einfacher ist. Zumindest wirkt dieser einfacher. Ezreal selbst hat sich aber entschieden, die beiden Carries in Schach zu halten. Und das hat er meiner Ansicht nach gut gemacht. Naja, und das letzte Arcane Shift war halt sehr, sehr Rambo-lastig. Er konnte zwar die Gegner töten, wurde aber ebenfalls vernichtet. Bevor wir nun zu der Zusammenfassung des Teamfates kommen, schauen wir uns nun eine Alternative an, wie man es hätte vielleicht besser machen können. Dies ist jetzt alles sehr spekulativ. Gut, wie bereits erwähnt, hätte ich es persönlich besser gefunden, wenn man als Einheit dagestanden hätte. Das heißt, Ezreal hätte sich mit in den Pit begeben können. Wenn die Situation bremzig gewesen wäre, könnte er ja trotzdem mit den Arcane Shift rauskommen. Das heißt, hier hat er auf jeden Fall eine sehr sichere Adresse. Außerdem zwingt es den Gegner, sich sehr, sehr linienförmig zu formieren. Dadurch kann er mit seiner Ulti vergleichsweise viel Burst-Damage raushauen. Beziehungsweise trifft auch ganz viele und dadurch wird wieder seine Attack-Speed erhöht. Denn man muss ja bedenken, dass der Gegner auch teilweise sehr low war, speziell der Rise. Und man hat bei Bedarf einen sehr guten Disengage durch die Xin Zhao-Ulti. Wie der Fight dann nun ausgegangen wäre, kann ich halt mit Gewissheit nicht sagen. Ich auf jeden Fall hätte es besser gefunden, wenn man gemeinsam agiert. Gerade dann, wenn der Gegner nicht so viele Flächenspells verfügt. Rise ist jetzt ein bisschen außen vor. Gut, fassen wir nun die Teamfight zusammen und kommen wir zu einer etwas ekligen Problematik vom Solo-Queue. Denn man hat bei League of Legends das große Problem, dass man eigene Teammitglieder leider nicht kontrollieren kann. Im Duo-Queue kann man vielleicht über TS noch eine Geradstätte geben. Im Solo-Queue ist dies sehr, sehr schwierig. Auch ist es häufig so, dass viele Spieler die Hinweise anderer nicht annehmen und sich dann beleidigt fühlen und so weiter und so fort. Dies ist zwar nicht bei jedem Spiel so, aber es gibt Menschen, die da sehr sensibel drauf reagieren und vielleicht sogar mit einem AFK drohen. Ich kenne das. Es ist enorm eklig. Ich muss also ganz ehrlich sein, das ist nicht das Verschulden von Ezreal gewesen, dass das Spiel verloren wurde. Und er hat sich meiner Ansicht nach sehr gut gehalten, wenn man nun folgende Stats bedenkt. Schaut mal bitte auf den Farm von Lemblanc. Und das in der 30. Minute. Klar, hat sie einige Kills, aber der Farm ist katastrophal. Witzigerweise hat der Jungler doppelt so viel wie sie. Hinzu kommt das unkoordinierte Verhalten der Bruiser. Sie waren beide sehr, sehr kräftig, keine Frage. Aber es gab etliche Situationen, wo diese beide in den Fight reingegangen und dabei sinnlos gestorben sind. So, und was soll da der ED-Carry machen? Ich habe vor kurzem mit Parik, also Gurke4Life geredet und wir haben beide festgestellt, es ist zur Zeit enorm schwer mit einem ED-Carry ordentlich zu carryen. Klar ist man derjenige, der viel Damage ausdrückt, beziehungsweise Ezreal setzt sogar noch ziemlich viel auf Utility. Aber es ist ganz einfach so dermaßen davon abhängig, wie sich andere verhalten. Und ein ED-Carry ist derjenige, der sich wesentlich heftiger darauf einstellen muss, als ein Bruiser. Denn dieser hat ganz einfach die Wahl, was er im Fight tut. Geht er rein, engaged er, disengaged er oder beschützt er. Ein Carry hingegen hat immer die gleiche Aufgabe. Weg von den Bruisern kommen und Damage rausdrücken. Und man muss sich darauf verlassen, dass man beschützt wird. Man muss ja bedenken, dass es ja früher so war, dass der ED-Carry das Exhaust mitgenommen hat. Diese Strategie wurde sogar das ein oder andere Mal bei der LCS erneut praktiziert. Und dies hat ganz einfach den simplen Grund, weil der ED-Carry sehr gut weiß, wann er jemanden zu slowen, beziehungsweise auszuschalten hat und später in den Fights ist er selbstständiger, weil er den Bruiser exhausten kann. Vielleicht ist das nicht immer das beste Placement für diesen Spell, aber um sich zu verteidigen ist es nun mal enorm wichtig. Und es tut mir auch für diesen Spieler leid, dass ich dieses Thema bei dieser Analyse anschneiden muss, aber ich musste permanent dran denken. Deswegen habe ich trotzdem die besten Punkte von ihm zusammengefasst, was das Teamfight-Verhalten angeht. Aber es ist nun mal schwierig, mit den Teammitgliedern klarzukommen. Dabei geht es nicht nur darum, dass vielleicht ein Teammitglied ganz einfach schlecht ist, sondern es geht um das Kommunikationsverhalten. Und wenn sich da jemand verweigert, dann hat man ein Problem. Leider passiert dies ganz einfach. Da muss man sich ganz einfach ein dickes Fell anschaffen, beziehungsweise selber so entspannt sein, dass man sagt, okay, der will nicht reden, dem kann ich nichts beibringen. Auf zum nächsten Spiel. Und sollte man wirklich das Gefühl haben, dass dieser Mensch nicht zu retten ist, dann kann man ihn ganz einfach am Ende des Spiels ignorieren. Das ist kein Problem. Gut, diese Analyse wurde ganz schön depressiv gegen Ende. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Trotzdem wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß im Ranked und wir sehen uns beim nächsten Mal.